So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Rank! Hier steht Gold 1, 45 LP, Patch 8.21, ich bin so nah und doch so fern. Wir haben eine Jena im Gegnerteam, gegen die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Das kann lustig werden. Ansonsten auch eine Avaid, eine Dings und anscheinend ein Skriptor in unserem Team, Erste Frage in Champ Select, wie hart wollt ihr, dass ich skripte? Ja, also mal gucken, ob er skriptet oder nicht. Reported wird er eventuell sowieso. Auch wenn er in unserem Team ist, aber ganz ehrlich, skripten geht eigentlich nicht. Junge, als ob irgendjemand das skriptet im Loading Street fragt, ob er skripten soll. Er spielt zwar den Skript-Champchen, aber ich bezweifle jetzt. Aber wenn er jetzt so richtig abgeht. Wenn er wirklich skriptet, dann reporten wir ihn logisch. Weil das ist unfair, auch wenn wir LP bekommen. Jetzt so richtig? Also wir sind froh drüber, aber ganz ehrlich, das geht nicht. Ja, komm. Man muss ja trotzdem fair sein. Also wenn er skriptet, dann... Ich konnte gerade Red Buff nicht anwählen. Hast du schon versucht, draufzuklicken? Aha. Oh. Okay, das ist eine Weedstana. Eine Weedstana. So, ich will mal kurz den Jenna-Skin angucken. Greif mal bitte nicht an oder mach sonst irgendwas, was... ...dering Aufmerksamkeit... ...auf dich zieht. Willst du den Skin haben, oder wie? Vielleicht, ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht, was ich haben will. Keine Ahnung. Was macht Aua? Oh, Trist geht auf den blöden Schild. Nice. Ist gut gemacht. Ich fang's. Alter, bei mir backen die Aeris hier rum. Was geht denn da? Da ist nichts bei mir. Ja, bei mir haben die gerade übel rumgebackt. Ah, die haben Schild, okay. Pia. Oh, gleich, gleich explodiert was. Okay. Zack. Braucht keine Hilfe. Ich will immer noch Bob Ross Gin-Skin, man. Job Ross. Bob Ross. Job Bob. Alter, was fangen die Aeris bei mir rum? Hey, das waren wir. Ja, endlich. Ich weiß gar nicht. Alter, bei mir sind die gerade drei Aeris. Was geht denn da ab? Die, 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 eine war da oben, eine hier, eine da. Okay, ich, ich muss die Aufnahme sehen. What the fuck? Das war richtig strange. Das, die wackeln. Hä? Was geht ab bei denen? Lol, nochmal. Lol. Ich dachte, der Skript da wäre, wäre, wäre Dings gewesen. Wird Xerath, gell? Ja, wobei Xerath hält ihn schon arg zurück. Wahrscheinlich ist das eine Hälfte. Ja, aber im Early ist gerade, ist Ryze auch nicht so stark, deswegen. Channa fehlt irgendwie. Ich glaube, die ist vorhin schon. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh. Heal ist raus. Und die Ignite. Okay, das war komisch, dass die alleine reinjumpt. Kriegst du von mir noch ein Heal? Bleib einfach da, du kriegst ja gleich Mana. Wir können die recht ziemlich gut zurückhalten. Wann kriege ich denn Mana? Hey, over time halt. Ja. Ich habe nichts. Nichts. Ich habe noch Heal. Ich kann jetzt eine Q rausdrücken. Ja, solange die Shield hat, kann ich sie leider nicht töten. Jetzt haben die Jungle. Ne Evelyn. Shield ist raus. Kannst du eine Q machen? Auf mich? Ich bekomme ja auch eine Auto-Attack-Bar. Ja, da muss schon mal nur Radius sein. Ja, mach. Mann. Lass es, lass es. Ich sag dir halt auch noch, lass es. Das ist erst Indigener gekommen und nicht mein Assist. Ja, trotzdem. Ich habe gedacht, dein Buff macht mehr Schaden. Ne, so viel ist es jetzt doch nicht. Das sind 19 magischen Schaden. Magischer Schaden ist eigentlich wie viel? 19. Ja. Ist ein Early Game. Da macht kein Auto-Attack 400 Schaden. Ja, trotzdem. Das ist, ich mache 100. Ja, aber du hast es mega überschätzt. Ich hätte die Kuh auf sie treffen sollen. Dann, weißt du? Dann hätte ich deinen Buff nicht mehr gebraucht. Dann hast du auch so nicht gebraucht, weil das eine Kack-Aktion war. Eat Gin. Und sie hat sich tatsächlich gegessen. Ne, es hätte nicht geweht. Dann hat mich der Tor getötet. Aber ich glaube auch, hat sie das Schied wieder? Ich weiß nicht. Top-Langage-Steil. Er hat noch Ult. Er hat sie gerade wirklich ohne. Nice. Guter Trinder. Komm, Cerat merkt man aber irgendwie jetzt. Nicht so viel. Kann ja sein, dass es selten geht. Ich habe keine... Ich gehe eben ohne. Okay. Zack ist da. Peng! Zack ist doch nicht da. Peng! Trotzdem Peng. Ich weiß nicht, was das ist, wenn sie Q oder W. Und die Aerys buggen hier einfach rum. Was soll denn die Scheiße? Die wandern durch die Wände. Die hat noch keine einzige Q gemacht. Hält mir auf. Oh, da ist sie. Die erste. Ich bin weg. Alter. Geh rein, Tiger. Geh. Reiner, Tiger. Gehen. Fünf Sekunden. Oh, ich habe nichts. Kommst du weg? Ah ah. Ich habe einen Kill. Ist das worth? Ich habe keinen SS bekommen, also nein. Der ist gerade reingesprungen, um mir ein Minion zu klappen. Mein Minion. Go, suck it. Eat, Jin. Hab ich genug für mein Item? Noch 300 Gold. Ich finde den Jenna-Skin jetzt eigentlich ganz, ganz gut. Die anderen Skins sind irgendwie besser. Oh, ich muss mal wieder hier Nachrichtenreporterin Jenna spielen. Ist die... Ah. Shit, ich habe keine Ult. Oh, der ist eine Weed Starner. Tja. Mal bad. Ey, Eri, warum... Wird... Wird... Geht bei dem Teil ab, ey? Du müsstest vielleicht LOL neu starten, wenn du mal tot bist. Ja. Das dauert bei mir wahrscheinlich ein bisschen. Ich sage nicht PC, nur LOL. Ja, trotzdem. Ja, 30 Sekunden sollten reichen. Sie schon. Ich meine, so schlimm ist es ja nicht. Eri ist ja nicht wichtig. Es zeigt halt, wo die Gegner sind. Ach so. Ach, da kann man drauf achten. Ja. Ich habe da nie drauf geachtet. Wenn er skriptet, dann hätte er jetzt Dings getötet mit Lain, als er skriptet nicht. Er skriptet scheiße. Oder das. Schafft ihr da Kills? Ist jetzt das Anhand auch? Ja. Oh. Meins. Ich komme mit Ult. Zehrat reportet vor Skripting. Wat? So gut hat er jetzt nicht getroffen. Peng. Ryze hat Schiss vor mir. Peng. Zu Recht. Denn meine Eri ist verwackt. Ich weiß nicht mal. Also es kam mir jetzt auch nicht so geskriptet rüber. Aber ich, ich habe ja noch nie geskriptet. Und deswegen. Was war das denn? Hä? Hat er gerade geskriptet? Ne. Das war einfach der, 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 der Rice. Hat entweder über die Wand geflasht und nichts gerissen. Ja, die, die Trollen. Was war das denn? Das ist ja, das ist wieder so ein merkwürdiges Match. Wo bist du? Du bist ja. Okay, aber an, also anscheinend Skript wird Xerath, wenn, wenn die Gegner das meinen. Mein, geschrieben hat er ja. Ich weiß nicht, woran, woran sieht man das? Also ich habe jetzt nichts gesehen. Also es kann sein natürlich, aber ich habe nichts gesehen, dass er das gemacht hat. Ja, was ist denn die Auswirkung? Dass es einfach besser trifft oder was? Ja, ja. Und das hat immer misslich trifft. Das heißt, die können nicht ausweichern. Na, ich kann, ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin ja nicht auf dem Mitländen. Ich weiß nicht, wieso ein gescripteter Xerath aussieht. Ich weiß nur, meine Crew trifft auch immer, wenn ich in Range bin. Das heißt, sie trifft alles. Das Puschen bleibt auf der Hand. Ja, ich wollte nur Drake warden. Okay. Fuck you. Dafür habe ich dann Wotspot nicht weggenommen, okay? Ja, ich will auch helfen. Echt? Nice. Hä? Was war das denn? Ich nehme das Spiel aber nicht mehr ernst. Das ist... Was? Jetzt haben die Gegner auf jeden Fall die Trolle im Team und wir haben ein Skript, das dritt ist. Endlich. Ah, ich brauche Hilfe. Ja, ich komme. Ich komme von außen rum. Hast du den Blume? No. Das ist Ward. Ja, ich weiß. Was ist denn? Ich mache den Ward, du kannst den Blume. Ja, jetzt musst du dir das nicht machen. Hatten die jetzt Trice? Nee. Du. Weg, 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 weg. Ja, ich wollte nur ulten, weil es Spaß macht. Ich habe mich nicht mehr. Ah, nee, warte. Irelia ist im Gegner-Team. Wait. Ich dachte gerade, die wäre in unserem Team. Lel Ich dachte so, ja geil, Irelia ist klingend, cool Ja, hat sich erledigt Es ist ein bisschen gewöhnt, dass Servo-Feedit ein Gegner-Team ist, gell? Ja Hey, ich könnte mir Redemption kaufen Jetzt nicht mehr Bitte kauf's dir ab und zu mal Nein Bitte lass dein altes Mal Team-basierend sein Okay, nee, er skriptet Ja, das hab ich gerade auch gesehen Ich war nämlich noch unsichtbar Hä? Oh nö, nicht wegen unsichtbar, das war einfach Nein, er hat die unsichtbare Evelyn schon eine W vorbereitet Hat er gerade nicht auf Dings skript? Ach, keine Ahnung Er stand da, da war Irelia, da war Evelyn unsichtbar und der hat da eine W gemacht Er hat's halt einfach im Urin gehabt Nur weil einer gesagt hat, er skriptet, denken jetzt alle, er skriptet Ah, Irelia ist ja im Gegner-Team Alter, was geht mit meinen Auto-Attacks? Ich schnapp mir die Ja, weil ich immer irgendwie nur so nach meinem letzten Shot bin, dass die wenig Leben haben Und dann guckst du Ja, this is three real estate Es sind nicht mal, es sind nicht mal die starken Auto-Attacks Ja, es sind einfach nur Auto-Attacks Ja, chill Ich will Auto-Attacken Das sind bei mir three Kills Da kommt ein TP rein Da kommen zwei rein, da kommen zwei rein War da gerade jemand? Alter Ey, ich carry die Zone Ich raff's nicht Ich raff's einfach nicht Hilfe, Hilfe Komm von mir hin Oh, ich hab gedacht Nein, nein Ich hab nix Ich hab nix Oh, jetzt hab ich's Boah Ich dachte, es zeigt noch an 0,1 Sekunden Hey, mein Kill Au Der skriptet den Skriptet der Er hat halt manchmal so scheiß Guils oder so, dass man nicht denken macht, dass es skriptet Kann man das da immer dazwischen wechseln oder ist es einmal skript, immer skript? Oder wie funktioniert das? Du kannst es an und ausschalten I'm interested Ach, scheiße Der Xerath ist ein richtiger Arsch Der Xerath ist ein richtiger Arsch Naja gut, die Tristaner sind größerer Arsch und wenn er jetzt nicht skriptet, dann ist er eigentlich wirklich kein Arsch Er ist ein richtiger Arsch Okay, bin ein Dieb drin Ein Minion! Er hat ein Minion teleportiert Schnapp die neu Okay, es sieht schon mega nix Schon krass nix Was sollen denn die Ja, wie sieht denn das bei den Pro Players aus, wenn die wirklich so spielen? Ja, dann heißt es ja nicht, dass sie Ja, aber wir sind keine Heil, Elo Sind Mittel-Medium Elo Das war gerade auch ne skriptet Ult von mir Hier ist eine Tust Die hol ich mir Nein, ach komm schon Das wär nur ein Auto Attack Ich weiß, ich wollte die nicht kennen Toll, jetzt haben wir gleich viele Kills Oh nein Oh nein Mit Snide im Minion we failed Ja, FF 15 Nein, mein Auto Attack Ich hab nix mehr Oh, da ist ein Hau mal ab, ich hab nix mehr Renn Ich hab nix Kein Mana Hey komm, wir gehen in Richtung Zuboff Okay Obwohl, ne, lass finishen Komm Ich geh back Wir können auch Drake holen Wir können auch Drake holen Ja, wir finishen nicht auf Zuboff Nö Ihr lasst finishen Auf jeden Fall Ryze können wir reporten Weil der ignoriert sein Team Ja Äh, und Xerath eben wegen Skript Ja Wenn er ja nicht skriptet, dann bedeutet der Report ja gar nichts Ja Ja Jano sagt zum Beispiel auch nicht, dass die Skript, dass sie skriptet Aber er hat halt wirklich sehr, sehr gut getroffen Also dann, dann geht man mal in die Reportmeldung Maybe Skript, I don't fucking know Ja, genau so Okay Damit ist das Sana reporte ich auch Für was kann man das? Cheating Ah Okay Yeah, 69 LP Hm Hmmm ды